Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Mau Kailes an. Dieser hat über Unique Bright White Strips geschrieben, welches er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Zahnaufhellung für Zuhause. Unique Bright White Strips im Test. Kaffee, Zigaretten, Lebensmittel. Alles verfärbt über die Jahre unsere Zähne. Bei manchen fällt es mehr auf und bei anderen weniger. Genauso stellt es den einen und dem anderen ist es ganz egal. Fakt ist, weiße Zähne sind ein Schönheitsideal. Sobald man sich unwohl fühlt, wenn man glaubt, seine Zähne seien zu gelb, so kann es das Lebensgefühl stark beeinträchtigen. Man lacht nicht mehr so viel und beim Reden achtet man vielleicht sogar darauf, seine Zähne so wenig wie möglich zu zeigen. Egal aus welchem Grund man sich die Zähne bleachen will. Wichtig ist, man macht es richtig. Seit einiger Zeit werden diverse Zahnbleaching-Kits, Zahnaufhellungscreams und Bleaching Strips angeboten, die man ideal daheim anwenden kann. Ich will euch heute meine Unique Bright White Strips Erfahrungsbericht schreiben. Über Unique. Wer steht hinter der Marke? Unique ist seit 2014 Marke der Joghurts GmbH, welche 2003 gegründet wurde. Seither sind sie für alle Onlineshops und Vertriebswege von Unique Produkten innerhalb Europas verantwortlich. Die Marke orientiert sich somit an europäischen Richtlinien und deren Produkte wurden bereits mehrfach durch unabhängige Labore überprüft und getestet. Professionelles Zahnbleaching-Ablauf, was passiert beim Zahnarzt? Beim Thema Zähneaufhellen werden viele wohl gesagt bekommen, lass das lieber beim Zahnarzt machen, da kann so viel falsch gehen. Was genau macht denn eigentlich der Zahnarzt und unterscheidet sich das so sehr von dem, was man zu Hause auch schon machen kann? Generell gibt es verschiedene Methoden der Zahnaufhellung beim Zahnarzt. Gemeinsam haben sie alle jedoch meistens eine chemische Substanz, Carbamid-Peroxid. In diesem versteckt sich auch das Wasserstoffperoxid, was den meisten vermutlich bekannt ist. Es ist das gleiche Mittel, welches auch bei der Blondierung von Haaren verwendet wird. Das Carbamid-Peroxid schwächt die dunklen Verfärbungen, die in den Zahnschmerz eingedrungen sind. Beim Zahnarzt werden Kunststoffschienen erstellt, die mit der Substanz gefüllt sind. Diese sind perfekt an die eigenen Zahnreihen angepasst. Spezielle Lampen erwärmen das Gel, da so die Reaktion des Carbamid-Peroxid schneller stattfindet. Die Chemie hat aber zur Folge, dass man ein paar Tage lang extrem empfindliche Zähne hat. Dieser Effekt hält aber meistens nicht lange an. Übertreibt man das allerdings mit dem Bleaching, so wird der Zahnschmerz schwächer und es ist nicht mehr so widerstandsfähig. Gerade Menschen mit ohnehin sensiblen Zähnen haben die kommenden Tage vermutlich noch eine höhere Schmerzempfindlichkeit. Die Unique Bright White Strips Produktinformationen. Bei diesen White Strips wurde auf das Wasserstoff Peroxid verzichtet. Generell ist vorgesehen, dass man 14 Tage lang sich diese Strips täglich auf die Zähne klebt. Es kann einer Aufhellung von bis zu drei Stufen erreicht werden. Dies funktioniert allerdings nur, wenn es sich um Verfärbungen handelt. Hat man erblich bedingt schon immer gelbe Zähne gehabt, so kann auch die Aufhellung dies nicht beheben. Unique Bright White Strips Anwendung. Vor der ersten und jeder weiteren Anwendung sollte man einige Dinge beachten. Generell wird empfohlen, dass man die Streifen nach der letzten Mahlzeit aufträgt. Das soll so sein, da man danach wahrscheinlich nicht mehr so viel isst und trinkt, was für den besten Effekt sehr günstig ist. Die Zähne sollten ebenfalls sauber und gereinigt sein. Dennoch darf man sich nicht vorher direkt die Zähne putzen, da auch dies das Ergebnis beeinträchtigen könnte. Es reicht, wenn man sie mit klarem Wasser gründlich durchspült. Danach sollte man sie trocknen, zum Beispiel mit Küchenpapier. Sie sollten möglichst trocken sein, da so die Streifen besser auf den Zähnen haften. Nun kann man die Strips der Packung vorsichtig entnehmen und die Folie lösen. Die Seite, die mit dem Gel bestrichen ist, wird zuerst auf die obere Zahnreihe geklebt und fest angedrückt. Dieser Vorgang wird bei der unteren Zahnreihe wiederholt. Die White Strips werden nur für volle 60 Minuten getragen. Ist die Zeit vorbei, kann man sie lösen. Sollten sie sehr stark haften, kann man mit Wasser nachhelfen. Wer mag, kann sich danach die Zähne putzen. Es wird übrigens auch empfohlen, dass man zwei Stunden nach der Anwendung nichts isst oder trinkt. Man kann es natürlich trotzdem tun, aber alles kann Auswirkungen haben. Für den maximalen Effekt sollte man über den Zeitraum auch auf verfärbenden Lebensmittel wie Zigaretten und Kaffee verzichten. Auch hier bleibt es einem frei überlassen, ob man sich daran hält oder nicht. Dieser Prozess sollte nun für zwei Wochen zur Proutine werden, bevor man ins Bett geht. Häufige Fragen. Wie lange hält die Wirkung an? Unterschiedlich, abhängig vom eigenen Konsumverhalten. Man kann die Prozedur alle drei bis vier Monate wiederholen. Beschädigt die Zahnauffällung durch die Unique die Zähne oder Zahnschmelz? Nein. Hat es eine Wirkung auf tote, wozu behandelte oder künstliche Zähne? Nein, es wirkt nur bei echten Zähnen. Füllungen oder Zahnersatz verspüren keinen Effekt. Kann man die Strips länger auf den Zähnen lassen? Davon wird abgeraten. Kann ich den Speicher während der Behandlung schlucken? Ja. Es treten Schmerzen nach der Behandlung auf. Was tun? Wenn man weiß, dass man empfindliche Zähne hat, dann beginnt man langsam mit der Behandlung. Anstatt direkt 60 Minuten einwirken zu lassen, beginnt man erst mit 15 oder 30 Minuten. Zu Schmerzreaktionen kann es bei freiliegenden Zahnhälzen kommen oder geschädigten Zahnschmelz. Verschwinden die Schmerzen nicht, so sollte man die Behandlung abbrechen und den Zahnarzt gegebenenfalls kontaktieren. Unique Bright White Strips Erfahrungen. Ich habe extrem schmerzempfindliche und sensible Zähne und habe mich daher nie wirklich an Auffälle und Bleaching getraut. Trotzdem habe ich es mir irgendwie immer gewünscht und war so beim Stürmern auf dieses Paket gestoßen. Die Zeile, enthält kein Wasserstoff Peroxid, hat mich dann gepackt und ich dachte mir, probiere es einfach aus. Das Set ist obendrein extrem günstig, bei Amazon der Bestseller. Viele Rezensionen bestätigen eine Wirkung. Ich bin jetzt mit den 14 Tagen durch, man sieht auf jeden Fall einen sichtbaren Unterschied. In dem Set bekommt man gleich auch noch einen Zettel mit den verschiedenen Nuancen. Sofern ich das beurteilen kann, habe ich zwei Nuancen geschafft heller zu werden. Ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis. Die Anwendung verlief problemlos. Man muss sich zwar ein bisschen daran gewöhnen, dass man die Streifen für eine Stunde im Mund hat, aber irgendwann vergisst man es. Ich hatte glücklicherweise keine Schmerzreaktion darauf. Ich habe auch erst langsam mit 30 Minuten angefangen und das für zwei Tage gemacht. Da daraufhin nichts passiert ist, habe ich es voll einwirken lassen. Ich denke, dass ich in drei Monaten mir das Kit noch einmal bestellen werde, da ich so zufrieden bin. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-scanner.de ! Untertitelung des ZDF, 2020